Ich habe gerade schon ein bisschen vorgearbeitet, A10 Thunderbolt und ich würde gerne ein paar Daten von dir haben, während sich die Maschine hier auf den Weg zur Startposition macht. Gut, wir haben die A10 Thunderbolt von der Firma Mibo mit 3,2 Meter Spannweite, 2,85 Meter lang, knapp unter 25 Kilo, liegt das Gewicht 24,8 Meter. Ja, und eingebaut, das ist ja der Slot der Firma JetCat, sind hier zwei P100 RX-Turbinen hinten in diesen gigantischen Gondeln hinten im Heckbereich. Das ist ein besonderes Merkmal der A10, das Doppelleitwerk, diese weit nach vorne geneigte Nase mit der Bordkanone. Absolut, ganz toll gebaut, der Flieger. Ja, wir sind gerade auf dem Flugzeug, auf dem Flugzeug ist der A10. Die Firma ist Mibo und es ist ziemlich beeindruckend für die 3,5 Meter Spannweite und 2,85 Meter langs und ein Flugzeug von 24,8 Kilogramm. Aber seitdem wir in der Slot der JetCat fliegen, müssen wir noch ein bisschen mehr über die Ente sprechen. Es ist ein bisschen mehr, es ist powered von zwei JetCat P100 RX-Turbinen. Und wir haben es bereits erwähnt, dass, besonders auf der Twin-Engine oder Multi-Engine Jets, diese kleine Ente, mit einem hohen Ausdruck zu haben, sind sehr, sehr gut, weil wir noch nicht mehr als 25 Kilogramm sind, weil wir noch nicht mehr als 25 Kilogramm sind. Also, der JetCat P100, mit einem hohen Ausdruck von nur noch mehr als 1,000 Gramm, ist zwischen 2 und 100 Newtoner der Flieger. Also, die 100 Newtoner der Flieger ist sehr, sehr wichtig, weil wir brauchen eine kraftvolle Ente, um diese Maneuvers zu machen. Ja, Josef, ich habe es gerade auf Englisch gesagt. Die JetCat P100 ist natürlich predestiniert für den Einbau, gerade in mehrstrahligen Maschinen wie bei der A10. Ich muss ja immer noch unter dem magischen 25 Kilogramm gleich. Das heißt, für die beiden Turbinen und den Kraftstoff dafür bleibt natürlich dann relativ wenig Gewicht. Auch vom Schub her ist es interessant. Zum einen habe ich natürlich die 100 Newton zur Verfügung, um kraftvolle Manöver wie gerade eben zu fliegen. Zum anderen ist es natürlich auch interessant, die liefert im leerlaufenden Schub von nur 2 Newton. Das heißt, irgendwann muss ich ja mal drosseln und die Maschine zur Landung reinholen. Und zwei Turbinen haben natürlich dann auch doppelten Leerlaufschub. Ja, Harald, da hast du vollkommen recht. Also diese Turbine besonders, wir haben ja schon einige A10 gesehen mit den unterschiedlichsten Antriebsformen, aber diese R100X zeichnet sich natürlich hier hervorragend aus. Ja, zu den Daten. Man hört schon, sie dreht etwas höher. Wir haben ja eine kleinere Turbine. 154.000 Kunde Drehungen pro Minute. Leerlaufdrehzahl 35.000, Abgas-Temperatur zwischen 490 und 720 Grad Celsius. Interessant ist auch, dass diese Turbine angeboten wird, getestet und einsatzfertigt, inklusive Befestigungsmaterial, Kabel-Set und so weiter. Alles, was man braucht. Und ein Li-Fi-Akku mit 2.100 mAh. Und das Ganze zu einem Preis von 2.295 Euro, inklusive 19% Mehrwertsteuer. Ja, schön zu sehen, dass die A10 da sehr, sehr kraftvoll unterwegs ist. Wie gesagt, 2 mal 100 Newton bei einem Startgewicht von 24,8 Kilogramm. Und das sind schon ordentliche Reistungsdaten. Ja, der Pilot ist der Michael Wagner. Und wir können das wunderbar sehen, auch bei seiner Höferin. Er hat die Jacke an, vor einigen Wochen noch auf der Weltmeisterschaft mit dabei gewesen. Und tolles Team, was wir da am Start hatten. Wieder mal Mannschaftsweltmeister geworden. Zwar knapp, aber es hat gereicht. Und heute, nur wenige Wochen danach, sind wir schon wieder. Auf der Jetpower hier in Bad Neuenahr-Arbeiler. So, jetzt ist das Fahrrad ausgefahren. Auch hier, wie immer, die Piloten. Wir sind ja Sichtflieger. Wir stehen am Boden und überzeugen uns, bevor wir landen beim Überflug, ob auch alle Fahrradbeine ausgefahren sind, ob alles in Ordnung ist. So, jetzt wunderbar. Jetzt heute Morgen die Bedingungen auch. Wir hatten gestern extremen Querwind. Im Moment hängt der Windsack schlaff herunter, also wenig Wind. Und da müsste jetzt eine super Landung gelingen. Ich habe diese 100er Jet-Kette auch schon in einem anderen Flugzeug gesehen, in einer... Ah, guck hin, wunderbar. Das sogenannte Aerobreaking, das heißt, das Flugzeug lässt die Nase oben, um aerodynamisch möglichst viel Luftwiderstand zu erzeugen, um die Bremsen zu schonen. Ganz fantastisch gemacht. Many thanks to Michael. Absolute nice scale landing with a nose high in the air. So that's the so-called Aerobreaking. to save your brakes on the aircraft. You just increase massively the drag by raising the nose gear after the touchdown. Very, very nice and scale-like. Ja, also, ganz herzlichen Dank nochmal an das Team. Er fliegt da vorne mit seiner Frau, dass die A-10 hier so fantastisch vorgeflogen hat. Das nächste Highlight haben wir hier am Start.